Vom letzten Spiel insgesamt, du hast ein paar Mal unsere Plakate produziert, du hast eine großartige Öffentlichkeitswirkung gehabt und wir hoffen und wünschen mir, dass es auch in Zukunft so sein wird. Er weiß selber noch nicht, wo es ihn hinführen, ich bin schon oft gefragt von Leuten, wo wir ihn bringen, er weiß selber noch nicht, er hat einige Optionen, das wird sich vor den nächsten Tagen entscheiden, er wird uns dann auch wieder besser. Natürlich, wenn es so weiter ist. Schönen Dank, Philipp, für alles, es war eine schöne Zeit mit dir, auch mit deinen Eltern, es war sehr schön, wir sind relativ nahe zusammengewachsen, freut uns sehr, er war bei uns eine Familie und hat viel Spaß gemacht. Der Bürgermeister, bitte auch noch ein Dankeschön sagen. Wenn es der Bürgermeister sagt, dann wird es das Lüben. Herzlichen Dank, haben wir uns für die tolle Saison, die du vorhin gespielt hast. Ich wünsche mir und natürlich allen anderen Spielern auch für die Zukunft alles Gute, wie es der Bürgermeister schon angedeutet hat, die Welt ist klein und wir können sich wieder mal gleich gemeinsam miteinander bewegen, dass wir mal Zeit auf uns zukommen. Jedenfalls herzlichen Dank für das Verlangen und Freude bei uns und weiterhin viel Spaß und viel Erfolg heranschauen. Vielen Dank.